Paraguay Live, grüße euch. Ich bin der Pit und wie immer herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. So, heute sprechen wir über gebraucht Immobilien. Da kommen sehr viele Fragen von eurer Seite. Erstmal vielen, vielen Dank und wie immer in diesem Film zeige ich euch das nächste Objekt. Also, viel Spaß, macht's gut. Falls ihr Fragen habt, immer anrufen oder halt unten mich direkt anschreiben. Okay, macht's gut und sämtliche Kommentare bitte unten, Likes nach oben und subscribiert, abonniert den Kanal. Bis dann. Und da kommt auch noch ein paar Videos. Und da kommt auch noch ein paar Mal an. Sehr gerne. Und da kommt auch noch ein paar Mal an. Und da kommt auch noch ein paar Mal. Wie ist das, wie invariant? Das wäre, was sie jetzt nicht so schwer. So, was sie eine neue Wunderschoke? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für das Zuschauen aus dem schönen paraguayischen Paradies. Vielleicht mit etwas Glück seid ihr Ball auch hier in Paraguay mit eurem eigenen Heuschen. Also in dem Sinne, teilt das Video bitte auch auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so weiter. Likes nach oben. Mach's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.